Wir kommen jetzt zu unserer heutigen Mannschaftsauswertung. Und wir beginnen mit unserem Mann, der heute seit 300 zu spiel für RB Leipzig machen wird. Unser Mann mit der Rücke Nr. 1, Peter! Uliassini! Mit der Nr. 2, Mohamed! Rücke Nr. 4, Willi! Mohamed! Mit der Nr. 7, Donny! Holger! Holger Nr. 8, Amadou! Mit der Nr. 7, Luis! Holger! Holger Nr. 20, Char! Mit der Nr. 22, David! Holger Nr. 23, Castello! Mit der Nr. 24, Xana! Und mit der Nr. 30, Benjamin! Unser Trainer heißt natürlich Marco! Und jetzt, gib mir ein L! Gib mir ein G! Gib mir ein L! Wer bin mit heute? Benjamin! Hochschul! display uliassinante Hochschulen! Vorgerie! General Tres International giving im vom